Statement zu Hezbo al-Tahrir haben wir ja gemacht, ich kenne die nicht so gut, darf man von ihnen Ilm nehmen. Wenn eine von diesen Personen zum Beispiel dir arabische Buchstaben beibringt, dann kann ich nicht sagen, dass das jetzt verboten ist. Aber natürlich diese Akhida-Themen oder Vögtthemen oder auch politische Themen sollte man nicht von denen nehmen.